Wenn wir eine Reihe fertig haben, dann müssen wir auch den Sieger kürnen. Das ist wieder jemand anders. Ja. Also ich will jetzt keinen Druck auf die aufbauen. Aber Bernd hat ja schon mit der jetzt gut angefangen. Gut. Was wollte ich sagen? Es gab 13 Spiele. Eins hat gar keiner gewonnen. Congratulations. Superspiel. Noch eine Runde. Ne. Ja. Hat der Volker gleich die Proberunde gewonnen. So einfach ist es. Die vier. Achso. Vielen Dank. Passt auch zu den Spielen. Die Musik. Ich muss die Nummer 6. Meine Nummer, ne? Deine Nummer ist die Nummer 6. Also wir sind alle Sieger, weil wir so einen Spaß hatten. Wenn die Nacht hereinbricht, sind alle, die noch in der Festung lebend waren, tot. Dann hat Volker gewonnen. Ja. Das ist richtig. Eindeutig. Sehr eindeutig mit 2. Letzter bin ich mit 0. Ja. Dann Jörg und Bernd. Jörg und Björg. Wollte ich schon sagen. Jörg und Björg. Jeweils 34. Genau. Und André? Mit 47. Das müssen wir anerkennen. Herzlichen Glückwunsch. Ich nehme den Sieg gerne an. Ja. Muss ich wohl leider ganz alleine das ertragen. Genau. Ja, Xena. Mit 10er Wurfspenzen. Mann, ey. Ja. Da kommt wieder der, ich hoffe, der ist nicht angepappt jetzt, weil der so selten benutzt wird. Weißt du was? Warum machst du den jetzt an? Ich habe gewonnen. Ja, also ich finde. Jetzt hast du, glaube ich, das System völlig durchgehalten. Du musst warten, bis der fertig ist. 48. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Schlimm ist das gar nicht. Naja. Wie viel hast du? 61. Guck mal, jetzt ist nur noch Volker wichtig. Ich habe 88. Ist das? 95. Nein. Ja, sollte es denn sein. Ja, cool. Wenn wir sagen, dass das 13. Spiel das letzte war, das hast du gewonnen. Wir müssen es mal durchzählen. Mit 5 Siegen. Der André. Mit Strich, ne? Ja, mit Strich. Accent de Guille. Accent de Guille. So, also ich hier so. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kriegen wir es auch hin mit der Lampe? Jetzt kriegen wir es auch hin mit der Lampe. Ja, kein Problem. Sind wir soweit? Sind wir soweit? Ja. Ich muss auf die 4 drücken. Mach mal. So, jetzt auch nicht reinreden. Vielen Dank. Oh, ich könnte den Landwurfsbräder wieder abmachen. Nee. Oh nein. Vielen Dank. Wir sind echt Profis. Also, ich wollte das hier. Ja. Ja. Vielen Dank.